So beheben Sie Probleme mit dem Papiereinzug bei Druckern der Modellreihen HP DeskJet 2800, 2800E, 4200, 4200E, Ultra 4900 und Ultra 4900E. Wenn Ihr Drucker kein Papier einzieht oder zuführt, führen Sie diese Schritte zur Fehlerbehebung aus. Erinnerung Probleme beim Papiereinzug können durch die Verwendung von beschädigtem, verbogenem oder staubigem Papier verursacht werden. Wenn das Papier ersetzt werden muss, verwenden Sie nur HP Originaldruckerpapier, das an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahrt wurde. Entfernen Sie den Papierstapel aus dem Zufuhrfach und untersuchen Sie ihn. Fächern Sie die Oberkante des Stapels von sich weg. Entfernen Sie jegliches beschädigte Papier vom Stapel. Überprüfen Sie den Zufuhrfachbereich auf Fremdkörper, um sicherzustellen, dass nichts das Aufnehmen des Papiers durch die Walzen behindern kann. Halten Sie den Papierstapel mit beiden Händen fest und stoßen Sie dann die untere Kante des Stapels leicht auf einer ebenen Oberfläche auf, um den Stapel an allen Seiten gleichmäßig auszurichten. Legen Sie den Papierstapel vorsichtig in das Zufuhrfach ein. Schieben Sie dann die Papierführungen für die Breite nach innen, bis diese die Kanten des Papiers berühren. Versuchen Sie, ein Dokument zu drucken. Wenn das Problem weiterhin besteht, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Schalten Sie Ihren Drucker nun aus. Trennen Sie dann das Netzkabel und alle anderen mit dem Drucker verbundenen Kabel. Achtung, denken Sie daran, dass Sie das Netzkabel abziehen müssen, bevor Sie in den Drucker fassen, um Verletzungen oder einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Prüfen Sie die Unterseite des Druckers auf mögliche Papierstaus. Senken Sie das Papierzufuhrfach wieder zurück in den Drucker ab. Schließen Sie die Ausgabefachverlängerung und schieben Sie dann das Papierausgabefach in den Drucker. Halten Sie die Scannerabdeckung und das Papierzufuhrfach fest und drehen Sie den Drucker auf seine Rückseite, um Zugriff zur Unterseite des Druckers zu erhalten. Ziehen Sie die beiden Verriegelungen für die Reinigungsklappe leicht nach unten, um sie zu öffnen. Bei der DiskJet 2700 Serie befinden sich die beiden Verriegelungen für die Reinigungsklappe zentraler. Entfernen Sie gestautes Papier aus dem Inneren des Druckers. Suchen Sie mit einer Taschenlampe nach Papierstübchen und gestautem Papier im Inneren des Reinigungsbereichs. Entfernen Sie Papier, Medien, Fremdkörper oder Verpackungsmaterial, das Sie finden. Um die Reinigungsklappe zu schließen, drücken Sie die Klappe zum Drucker hin, bis beide Verriegelungen einrasten. Stellen Sie den Drucker wieder zurück in seine normale Position. Schließen Sie das Netzkabel und das USB-Kabel wieder an der Rückseite des Druckers an und schalten Sie den Drucker ein. Versuchen Sie, ein Dokument zu drucken. Wenn das Problem weiterhin besteht, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Im Laufe der Zeit können Sie Staub, Papierfasern und andere Fremdkörper auf dem Gerät ansammeln und Probleme verursachen. Die Lösung besteht darin, die Walzen in Ihrem Drucker zu reinigen. Sie benötigen einen langen, fusselfreien Baumwolltopfer, destilliertes oder abgefülltes Wasser und eine Taschenlampe. Schalten Sie den Drucker zunächst aus. Ziehen Sie dann das Netzkabel und alle anderen Kabel ab. Warnung! Sie müssen das Netzkabel abziehen, um den Schlitten von Hand zu bewegen und den Papiereinzugsmechanismus ohne Verletzungs- oder Beschädigungsgefahr für den Drucker zurückzusetzen. Befeuchten Sie den Baumwolltupfer mit Wasser und drücken Sie überschüssiges Wasser aus dem Tupfer aus. Heben Sie nun das Zufuhrfach des Druckers an. Heben Sie die Abdeckung des Zufuhrfachs an und halten Sie sie fest. Leuchten Sie mit der Taschenlampe in den offenen Bereich des Zufuhrfachs und suchen Sie die grauen Papieraufnahmewalzen. Wischen Sie mit dem angefeuchteten Baumwolltupfer entlang der Länge der ersten Walze. Drehen Sie die Walze leicht mit dem Tupfer, um mehr Oberfläche freizulegen und den freiliegenden Bereich zu reinigen. Setzen Sie diesen Vorgang für beide Papieraufnahmewalzen fort. Wenn Sie fertig sind, senken Sie die Abdeckung für das Zufuhrfach ab. Warten Sie 10 Minuten, bis die Walzen vollständig getrocknet sind. Stecken Sie das Netzkabel wieder in die Stromquelle, vorzugsweise in eine Steckdose. Schließen Sie das Netzkabel und alle anderen Kabel wieder an den Drucker an. Schalten Sie den Drucker ein und drucken Sie ein anderes Dokument. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an HP, um Informationen zu Wartungs- und Garantieoptionen zu erhalten. Weitere hilfreiche Videos finden Sie auf unserem HP Support YouTube-Kanal. Schalten Sie das Netzkabel und alle anderen Kabel wieder an.